Knickknacks vs. Erdnüsse von Rewe. Die Erdnüsse von Norenz sehen aus wie kleine grüne Erbsen. Die von Rewe sind so eine Art Kaktusgrün. Eine für TikTok, eine für YouTube, eine für Instagram, noch eine für TikTok. Eine für Instagram, eine für YouTube. Eine für TikTok und eine für... Die von Rewe sind mir ein bisschen zu süß. Wenn du den Wasabi-Keks suchst, dann bist du bei Lorenz genau richtig.